Servus, heute geht es wieder weiter bei der SV Ried und heute gibt es mal kein Spuh, überlegt vielleicht Spuh, aber vielleicht lieber nicht wenn möchte ich dann das Vers einmal zusammenbringen und daher ein Kommentar von Jonas schöne grüße, ich soll einen Roni Markus holen, ich lasse eine App beobachten, sonst machen wir eine Anfrage wenn wir schauen, ob wir den vielleicht noch kriegen, er wäre nicht langsam, hat er gesagt, mit viel Potenzial ich habe wirklich schon mal so viel, er hat Potenzial von 72, er wäre nicht schlecht also, ich würde ihn vielleicht gerne holen, was sie in echt auch da haben nicht um meine Partie gegen den Sturm, nein, nein nein, ich nehme mal das Ried ab ich hoffentlich einmal nicht, muss man schauen da haben wir halt den Markus noch kriegen Markus, ich darf all den Markus sagen, Markus mal schauen, wo der noch was war Für mich... Achso... Okay, da ist seit kurzem... Ich weiß... Ich mein Laien... Hm, warum da ist? Ein wegen dem Geld ist so hübsch... Knob... Es ist wirklich hübsch... Knob... Eißen wir mal... 3.000... Das mein Laien... Das war die einzigste... Einzige Option... Für ein Jahrleichen... 5.000 kriegt er... Bis zu dem... Haben wir so viel Geld... Pfff... Knob... Ja gerade noch... Gerade noch so viel Geld... Ein... Ein Jahr... Ablöse machen wir nicht, oder? Mal schauen, wie es sich entwickelt... Jetzt sind wir schon ein Jahr... Pfff... Überleg kurz... Ein Jahr machen... Und dann nächste Saison holen... Sonst wären wir eigentlich eh gut aufgestellt... Mit rechten Verteidiger... Aber... Mal schauen, was sagen... Angenommen... Was? Haben wir gleich einen... Habe ich auch noch... Wesseli... Hätte ich auch noch überlegt... Das ist auch nichts... So... SV Ritsch... Schließt das Leihgeschäft ab... Ein 65 ist... Ist er... Also... So langsam ist er auch wieder... Mal schauen... Ja... Ich meine, das dauert ein bisschen länger... Aber wenn es so ist... Mal schauen... Mal schauen... Ja... In echt haben sie ja auch... Ausküchen... Jo... Wir sind jetzt... Hörter dann zu verließen... Vielleicht könnte man da noch... Irgendwer verkaufen... Zum Beispiel... Pulverina... Oder... Prada... Ja... Super... Prada... Ich weiß es nicht... Das ist so schlecht... Hartloser denn... Ja... Vom Gesamten her... Ja... Ja... Was ist da... Anton nicht... Ist auch so schlecht... Hast du... Wie ist es nicht der beste Verein... In Österreich... Darum... Mal schauen... Mal schauen... Vielleicht verkaufen wir ihn... So... Mal schauen... Mal schauen... Sein... Marktwert... Wenigstens... He... Du... Mal... So lässt er sich... Okay... Jetzt ist er weg... So hat man sich noch... Gönnen... Gönnen... Also... Ein... Player... Also... Bergmann... War nicht schlecht... Aber... Aber... Der... Maffi ist eigentlich... Der Mittelfeld... Ich sag... Der Bergmann ist eigentlich... Kein Verteidiger... Der... Fakische ist ja ja keiner... Ist da... Im Sturm... Hm... Gabyland... Was er in echt... Aus... 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 Aber wo sehe ich noch Probleme ist, ist es die Frage. Mal schauen. Da werden wir kein Geld haben, aber dass wir vielleicht noch einen rechten Verteidiger holen werden. Oh ey, bei uns. Wer ist denn da hübsch? Gut. Leine, hm. Haben wir ja verkauft. Was sind wir denn? Schimpelsberger. Ja. Aber er darf ich sogar eher im Winter holen. Der war fast ein Gescheiter. Aber jetzt ist es wie ein Schitz. Da haben wir die Unterrichtung unschließen. Nein. Wer ist denn hier sonst viel so abschließen? Und wenn man zuletzt er sieht, ist der Wahnsinn. So, 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 so. Er ist verkauft worden. Wie fragwürdig. Er hat so viel gesehen. Die nächste ist auch zu Frankfurt gegangen. FSV Frankfurt. Da haben wir noch Mantersburg simulieren. Ich glaube, das wird jetzt hübsch eine kurze Folge. Hübsch kurz. Hey, wir gehen einmal. Hey, wir gehen. Wir können das einmal. Ich bin der fünfte. Äh, fünfte. Siegste. Ich spiele. Ja. Ja, eh. Ja. Ich brauche ihn nicht. 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 Mal schauen. Ich möchte, dass ich der Honza gescheit entwickle. Das war das Gescheiter. Ich bin wirklich das Gescheiter. Was für aus kann ich es gehen. Herr ist denn zu grüdig. Ich schaue, ganz gescheit laut hörst. Ich brauche ihn eh keinen mehr. Was, was? Alter. Das wird jetzt bekält. Fred. Freddy Krüger. Ja, wenigstens eigentlich. Ich bin einfach von Fred. Das ist ja Wahnsinn. Ich bewundere mich die Pflanzen. Ich werde Schimpelsberger schon holen, aber nicht jetzt. Erst im Winter. Was ich noch vorhabe, das ist... Was haben wir denn jetzt? Ja. 180. Perfekt. Ein bisschen mehr auf dem Markt wird, super. Ich werde zu lang kein Spiel spielen. Lang. Bis zum Winter. Bis zum nächsten Tanzversen einmal. Weil ich möchte schon noch die nächste Saison kommen. Und... ja. Möchte ich auch. Okay, Mensch, also sieht ja der Müller. Ja. Fertig. Fertig. Schön. 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 Also, da seht ihr einmal die Mannschaft. Marco schon. Auf 6. Sechs. Hät man fast eigentlich auch eine Ablösersumme. Ausmachen können. Das ist wirklich eine gute Verstärkung. Ich sage nicht mehr Danke, Jonas. Dass du mir den Tipp geben musst. Und... ja. Ich werde jetzt kein Spiel spielen. Bis... Ach... 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 Ich glaube... Ab da fange ich wieder an. Wenn wir einen Monat sein für Tanzversen. Dann werden wir schauen, ob wir da noch ein paar Spieler spielen. Vielleicht haben wir sogar ein Opelik. Eher nicht. Also, ich glaube das letzte gegen Grün. Ich werde spielen. Und so jetzt spiele ich auch. Ach... ja. Gegen die, die noch nicht gespielt haben. Wann noch ein Schick dann? Wollen wir schauen. Wir werden mal schauen. Ich sage Danke fürs Zuschauen. Liked's. Wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe es. Und... Lasst ein Abo da. Es war wirklich sehr schön. Habt einen schönen Tag noch. Und... Habe die Ehre. véreer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017